Hallo ihr Lieben, ja Ahead hat in letzter Zeit verdammt viele neue Produkte rausgebracht und der Countdown läuft. Heute um 18 Uhr kommen die neuen Cookies & Cream High Protein Candy Bars raus mit 12 Gramm Protein. Und hier seht ihr einmal noch die Besonderheiten, also ballaststoffreich, ein Riegel hat nur 1,5 Gramm Zucker, 12 Gramm Protein. Und ja, heute Dienstag, der 24.10. ab 18 Uhr könnt ihr die Riegel bestellen in einer praktischen Box. Meine Mama hat sich schon ein paar rausgenommen, recht von ihr. Ne, aber ich kann es verstehen, ich liebe Cookies & Cream, ich liebe Crisps, ich liebe weiße Schoki, also ich glaube die werden richtig, richtig lecker. Und ich werde natürlich auch Reviews rausbringen und euch mitteilen, wie sie mir schmecken. Und ihr könnt mit Soulfood Reise auch nochmal sparen, also verwendet gerne meinen Code und schaut bei Ahead vorbei. Und in einer ganzen Packung sind insgesamt 14 Riegel drin, a 45 Gramm. Und ich zeige euch hier auch nochmal die Zutaten, also ein gefüllter Proteinriegel mit 32 Gramm Prozent weißer Schoki überzogen und innen dann noch Kakao-Soja-Chips bestreut. Süßungsmittel natürlich, dadurch sind die auch zuckerärmer, fast zuckerfrei. Kekse und Sahne Geschmack, also es klingt wirklich sehr vielversprechend. Kokosöl ist sogar auch mit bei und die Werte von dem Riegel sind auch echt mega. Kekse und Sahne Geschmack 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 Kekse und Sahne Geschmack